Hallo meine Believers und willkommen zu heute, nein, nicht irgendeinem dämlichen Video, obwohl einige glauben das vielleicht, aber wir spielen heute ein Spiel und zwar Five Nights at Freddy's. Und ja, wir spielen den ersten Teil und ich weiß, es gibt auch noch viele, viele andere, aber weil ich den ersten Teil am besten kann und auch am meisten mag, obwohl der zweite ist auch cool, aber obwohl ich mag den gerne und deswegen, ja, wir spielen den jetzt einfach mal. Das ist übrigens ein Horrorspiel, das heißt, wer sowas nicht abkann, der sollte sich das jetzt nicht anschauen. Und es geht hier eigentlich darum, dass wir hier in so einer Pizzeria sind und wir aufpassen müssen, dass diese Typen hier uns nicht angreifen. Und wir haben hier unser Tablet mit unseren Kameras und können hier immer so gucken, wo die Typen sind. Die werden dann so von hier und von hier, komm und wenn die dann stehen, müssen wir die Türen zumachen. Okay, es ist jetzt 1 a.m., aber noch scheint hier alles in Ordnung zu sein. Ich werde jetzt nicht immer wieder Gaming hochladen, aber ich habe mir gedacht, das ist mal was was anderes. Vielleicht gefällt es euch vielleicht nicht. Wenn ihr es übrigens mögt, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr davon vielleicht noch einen Teil sehen wollt und vielleicht die erste Nacht hier schaffen, vielleicht die zweite Nacht spielen. Oh mein Gott, das wird zwei Elen. Doch sind alle da. Ja, vielleicht gefällt euch das ja. Oh shit, der eine ist weg, wo ist der? Okay, der ist da. Kein Problem, Leute, das schaffen wir schon. Übrigens haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht, aber hier unten haben wir Left 74%. Und hier Usage. Da bedeutet die Usage hier ein Balken, das bedeutet so viel verbrauchen wir gerade, also fast gar nichts. Und Left ist unsere Power, also ja. Fuck. Wo bist du? Wo ist der? Wo? Okay, der steht noch da. Oh Mann, wo ist der? Okay, der ist da, der ist da. Ja, und wenn die runtergehen, dann haben wir so gut wie verloren. Also die Energie hier, die Power. Oh Mann, die sind unterwegs. Oh mein Gott. Der ist jetzt schon hier. Der ist schon im Gang. Hier im Gang. Sollen wir mal Licht anmachen? Okay. Hier ist alles in Ordnung. Hier auch. Okay, der steht da noch. Der ist auch im Gang. Ach du Scheiße. Schnell mal nochmal gucken. Oh mein Gott, der steht direkt neben uns. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da steht auch einer. Die stehen direkt neben uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Okay, der ist da, der ist da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben nur noch die Hälfte. Wir haben fast nur noch die Hälfte unserer Power, Alter. Oh Mann. Okay, der steht dann noch im Gang. Der steht hier wieder neben uns. Der steht da immer noch. Geh doch weg. Mein Gott. Okay, es ist schon 4 a.m. Wir könnten das glaube ich sogar schaffen. Oh mein Gott. Jetzt steht der hier neben uns, oder? Oh ja. Geh zu, geh zu. Geh zu, geh zu. Geh zu. Okay, auf der Seite ist gerade noch in Ordnung. Ach du Scheiße. Er ist jetzt wieder hier. Und der ist wieder neben uns, oder? Jo. Okay. Das Lichter geht nicht mehr richtig. Oh Mann. Oh Mann. Das Lichter geht nicht mehr richtig. Jetzt stehen die direkt neben uns, die beiden. Mist. Okay, der ist wieder da. Der ist wieder da. Wir schaffen das, Leute. Oh Mist. Mann. Mein Gott. Geh doch weg. Geh weg. Geh weg. Okay, der ist da und hier ist der auch weg. Oh nein, der ist es da hier. Okay, da ist eh zu. Da können wir irgendwie nichts mehr sehen. Ach, der ist wieder da. Der ist doch braun. Das ist doch toll. Wir haben es geschafft, Leute. Ah, hier ist die Tür zu. Wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Also Leute, wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann spiele ich die zweite Nacht auch nochmal für euch. Und ja. übermelden die Ä 재�onviamente. Wie. Ap BMB. Ä... Schiman. Vielen Dank.